Beispielsituation, wir sind in der Lagerhalle, Strom fällt aus und es ist Nebel und keine Ahnung was und dann haben wir da halt unsere Sicherheitskennzeichnung. Und die Menschen wissen wirklich, wo sie hinlaufen müssen im schlimmsten Fall. Und das ist unser Mehrwert, sag ich mal, wirklich in jeder Situation wirklich helfen zu können. So haben zum Beispiel unsere Permalight-Produkte in New York, als das World Trade Center zusammengestürzt ist, wahnsinnig viele Leben gerettet. Und da waren wir wahnsinnig stolz drauf. Zu wissen, dass ein Teil unserer Produkte zum Beispiel in der ISS klebt, das erfüllt mich schon ein Stück weit mit Stolz und macht das, was wir hier machen, zu etwas Besonderem. Wir sind Deutschlands führendes Unternehmen im Bereich Sicherheitskennzeichnung und betrieblicher Sicherheit. Produktkategorien sind unsere Eigenmarke Permalight mit nachleuchtender Fluchtwegkennzeichnung, ein klassisches Produkt, um Leben zu retten. Andere Produktkategorien sind zum Beispiel Erste Hilfe oder ganz klar die normale Sicherheitsbeschilderung, wie Feuerlöscher, Kennzeichnung, Rauchenverboten. Über unser Produktportfolio hinaus bekommen die Kunden von uns eine ganze Handvoll Dienstleistungen, wie zum Beispiel die Erstellung von Beschilderungsplänen, die Montage, die Beratung. Wir haben ein sehr kompetentes Team, was zu allen Produktgruppen alle möglichen Fragen der Kunden antworten kann. Wir verkaufen ausschließlich Top-Qualität an unsere Kunden. In der Regel sind wir eher hochpreisig unterwegs, bieten dem Kunden aber auch das Beste, was am Markt zu haben ist. Um den hohen Anforderungen gerecht zu werden, werden alle unsere Materialien und unserem firmeneigenen Labor auf ihre Beständigkeiten geprüft. Denn es hilft keinem, wenn man ein Sicherheitsprodukt hat, was nicht sicher funktioniert. Für unsere Produkte haben wir in unserer Produktion die Weiterverarbeitung und auch da werden die Artikel nochmal überprüft und nochmal gecheckt, ob wirklich alles auch so ist, wie es sein soll. Also da legen wir sehr viel Wert drauf. Alle Art von Anforderungen, alle Arten von Standards, von Vorschrift werden immer erfüllt oder massiv übererfüllt. Die Qualität ist unser, ich glaube, das macht doch Kroschke irgendwie so richtig aus. Aufgrund der Logistik, die wir aufgebaut haben, waren wir die Ersten am Markt, die dem Kunden versprochen haben, heute bestellt, morgen da. Und am Ende ist es eine Mannschaftsleistung aus vielen verschiedenen Abteilungen, die alles dafür tun, damit die Ware dann zur richtigen Zeit beim Kunden ist. Wir produzieren in Deutschland, weil wir an den Standort Deutschland glauben. Das ist unsere Heimat, das ist unsere Basis und hier sind wir groß geworden, hier haben wir gestartet, hier sind unsere Mitarbeiter, hier ist unser Know-how. Und das, was Kroschke ausmacht, sind die Mitarbeiter und das kann man nicht einfach transferieren. Gerade in einer Notsituation, da kann unser Produkt den entscheidenden Vorteil bringen, dass die Menschen das Gebäudeleben verlassen können. Und das ist schon ein gutes Gefühl. Wenn man Freude an der Arbeit hat, braucht man nie wieder arbeiten. Arbeit muss Freude machen, Freude überträgt sich in Erfolg und Zufriedenheit nach außen, aber auch nach innen. Und das ist unsere Begräufe.